Hallo zusammen, ich bin Tolga. Ich bin im ersten Lehrjahr. Ich arbeite als Karosserielackierer im Kenis Auto Center. Und heute zeige ich euch, wie es läuft. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich ein Video des Berufs auf YouTube gesehen habe. Und dann bin ich mal schnuppern und das hat mir von Anfang an sehr gefallen. Der Unterschied zwischen Spengler und Lackierer ist, dass der Spengler mehr repariert und ausbüllt und dass wir als Lackierer die letzten Arbeiten machen, bevor das Auto wieder zum Kunden geht. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich mit den Farben arbeiten kann, kreativ sein kann und am Schluss des Tages sehen, was ich gemacht habe. Wenn du Lackierer werden willst, musst du mit Farben arbeiten, körperlich fit sein und selbstständig arbeiten können. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie es bei uns läuft. Und wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch jetzt.